hi leute und willkommen zu einem kleinen tipp video von mir da ich mir aktuell den neuen sony camcorder cx 900 zugelegt habe bin ich auf einige interessante sachen gestoßen die auch schon für andere sony camcorder gelten könnten und das möchte ich euch einfach mal mitteilen einige tipps wie etwas geld sparen könnt und auch vielleicht ein bisschen nerven so beginnen wir erstmal mit dem wichtigsten punkt der mich am meisten nervt an dem neuen camcorder hier das ist diese objektiv schutzkappe die ist leider nicht an dem camcorder befestigt da das objektiv aber nicht ausfährt oder ähnliches finde ich das blödsinn genauso wie bei dieser rx 10 da ist dasselbe problem da hätte man durchaus ihren kleinen faden dran machen können so man könnte sich jetzt einen neuen objektiv deckel kaufen mit zu einem faden dran kostenpunkt um die 10 euro oder wir machen folgendes wir bohren hier bei dem schriftzug vom s aus gesehen hier an diesem rand ein kleines loch nach unten und hier ein kleines loch nach unten beide löcher ca 5 mm tief und so können wir schon eine schlaufe hier durchführen und mit unserem gurt verbinden ich blende euch das mal ein wie das bei der rx 10 in etwa aussieht da habe ich diesen schritt schon durchgeführt das sieht das dann so aus und so habe ich den deckel quasi mit meiner kamera verbunden und kann ihn dann schlussendlich nicht mehr verlieren das ist nämlich ein großer schwachpunkt bei mir ich verliere diese dinger ständig so dann kommen wir zu einem nächsten punkt der eigentlich viele sony camcorder besitzer immer noch nervt das ist hier oben dieses teil dieser blitzschuh an sich sieht dieser blitzschuh ja ähnlich aus wie ein normaler standard blitzschuh eines fotoapparats bis auf die tatsache dass er hier eine kleine ausklingung hat wofür hatte diese ausklingung der blitzschuh ist hier etwas tiefer in die kamera versetzt und hat hier hinten bloß circa ungefähr acht millimeter luft um den adapter aufzunehmen dafür ist dann quasi in diesem in dem gegenstück eine kleine ausklingung man kann ihn hier runter schieben und vorschieben und kann so das zusatzgerät was man ja aufbringen will mit der kamera verbinden ist ziemlich nervig kann man dann meistens nur das teure sony zusatz equipment verwenden um das zu umgehen kann man folgendes machen punkt 1 man kauft sich so einen adapter kostenpunkt auch so um die 10 euro sollte man sowas einplanen dieser adapter kann nun hier aufgebracht und aufgeschraubt werden und so könnt ihr nun eure geräte weiterverwenden alternativ kann man hier aber auch noch was anderes begehen wenn man eventuell einiges an foto equipment schon daheim hat kann man eventuell so was hier nutzen das hier ist eine ganz normale blitzschuh grundplatte kostenpunkt so eines teils wenn man bei ausländischen anbietern mal schaut um ein euro da kriegt man oder anders ausgedrückt ich habe zehn stück für circa sieben euro erworben das ist nicht viel material ist aluminium lässt sich also hervorragend bearbeiten hier macht man folgendes man hält diesen schuh einfach hier drauf so als wenn er im eingerasteten zustand wäre schiebt ihn um den punkt zurück den man hier eventuell ausklinken muss und klingt diese nase und hier vorne diese ecke aus auf beiden seiten und hat sich somit einen adapter selber gebaut vorteil von diesem adapter da wir hier ein stativ gewinde drauf haben können wir hier noch mehr sachen aufbringen mitunter auch so was hier und dann haben wir wieder unseren unserer standard blitzschuh aufnahme wem das alles viel zu viel arbeit ist der benutzt standard gemäß eine blitzschiene oder eine winkelschiene dazu habe ich mal ein video gemacht das blende ich euch kurz mal ein wo das wo ihr das findet da könnt ihr euch noch mal näher darüber informieren da kann man diese zusatzgeräte noch mal extern um diese kamera herum positionieren oder anbringen so und dann kommen wir noch mal zu einem punkt den ich auch nicht so schön finde von sony sie haben wieder mal den akku typ geändert ich nehme den akku typ jetzt hier mal raus so das wäre jetzt der akku der neuen camcorder serie von sony und hier nämlich mal eine etwas ältere camcorder serie von sony her nimmt da mal den akku heraus und wir halten beide akkus hier in die kamera und wir sehen es sind fast identisch in der bauform einziger unterschied bei dem alten system war diese nase ein ganz klein wenig länger problem für mich da ich die sony camcorder schon länger verwende habe ich natürlich die älteren modelle nun noch mit sehr gut bestückten akkus oder anders ausgedrückt für diese älteren modelle habe ich über 15 verschiedene reserve akkus für das neue modell nur einen jetzt möchte ich aber gerne diese alten akkus weiter verwenden den technischen start taten her steht hier nicht viel im wege das einzige ist hier die bezeichnung np fv 50 für den neuen und der alte war der np fh 50 100 das ist nur für die größe die letzte zahl die spannung dieser beiden akkus ist absolut identisch und auch der info chip in diesen beiden akkus ist identisch also steht eigentlich eine verwendung in neuen kameras nichts im wege bis auf diese kleine nase wenn wir uns mal die akkus von der seite anschauen sieht das aber auch nicht sehr schlimm aus und jetzt machen wir mal folgendes jetzt nämlich hier diesen neuen akku und stecke ihn in die alte kamera sie da er passt und was vor allen dingen wichtig ist er wird erkannt so jetzt habe ich mir gedacht gut wenn das funktioniert müsste es auch umgekehrt funktionieren also mache ich hier einfach folgendes ich nehme mir den alten akku nehmen wir einen cutter halte das neue system einfach mal daneben wir sehen dass die nase effektiv nur hier unten und circa drei millimeter zu lang ist jetzt nehme ich hier diesen cutter schieben etwas auf brauchen da nicht viel und kürze einfach diese nasen hier unten um diese circa drei millimeter indem ich einfach den cutter auflege ich versuche das mal vor der kamera zu machen drücke sie einfach nur ein den cutter da passiert nicht viel da geht nicht viel kaputt und dasselbe mache ich hier von der gegenseite passt auf dass er euch dabei nicht verletzt so das endergebnis sieht dann so aus ich habe das jetzt mal hier bei diesem akku vorgenommen und jetzt probieren wir folgendes aus das ist ein kompatibler akku den stecke ich jetzt einfach mal hier rein sie da er rastet ein er passt und wird von der kamera auch erkannt und problemlos akzeptiert also mit dem vormodell akkus funktioniert das tadellos allerdings mit den noch etwas älteren akku typ ich halte niemand die kamera das ist der np fp 90 50 100 je nachdem was ihr verein habt damit funktioniert das nicht hier ist ein anderer info chip wahrscheinlich verbaut so alles in allem hoffe ich konnte ich euch mit diesen paar tipps ein bisschen weiterhelfen gerade bei dem akkus kann man hier sehr viel geld sparen denn die alten haben es hat man nun alle schon gekauft und wenn man hier standardgemäß komplett neue akkus nachkaufen muss kann das mitunter sehr teuer werden besonders wenn man hier gezielt die sony akkus kauft die dann ab 45 euro erst so losgehen die kompatiblen sind hier etwas billiger da bekommt man auch mal so ein high power akku hier für circa fünf bis sieben stunden aufnahmezeit für ungefähr 20 euro allerdings wie gesagt wenn man sie schon hat wäre schön wenn man sie nutzen kann und sony scheint hier die neuen akkus abwärts kompatibel gebaut zu haben so dass eigentlich auch die älteren akkus sagen wir es klipp und klar aufwärts kompatibel sind bis auf diese kleine eine nase die sich nur geändert hat so damit sag ich erstmal tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020